so dann geht es bei mir wieder weiter wir sind soeben noch hier in der Höhle des Trauens ja natürlich scheiße ne scheiße gibt es bei mir nicht aber egal ich werde so buggy schwarze Zeug du kannst nämlich nix irgendwie drauf bauen n und grüßt nicht neben einem nebeneinander und müssen immer was dazwischen komisch macht so ein Licht und komisch das schwarz wie die Nacht und nicht wieso ach du hast alle meine Fekte mit so für die T ich hätte den Steck ich habe auch ein Stück aha guck wie geil ich jetzt auch seh mit Bronzeboots ey ganz ehrlich gib mir was ab warte wie seh ich aus wie seh ich aus ich bin schwul oh ja passt zu mir oh ja aha warte warte oh ha aha 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 das für ein Hundesohn also ich glaube ich gehe hier wieder raus ey wie komm ich eigentlich wieder raus Alter da habe ich noch eine Pyramie gefunden während er nach hause laufen wollte ey mal auf versuche hier was abzubauen du Affel ich hab auch du bist in das eine du bleib in dem eck alter okay sorry Prozent ok springen wir springen verspricht abbauen aufbauen mit dem Sand irgendwann wird es schon geht ja ich bin kurz raus ok ich geh jetzt trotzdem noch mal weiter in die Wüste rein ich pisse mich jetzt wieder nach hause ja ich schreibe wenn ich was cooles gefunden habe jetzt gibt es bei mir einen langen nach uns der halt die Koordinaten gemerkt ich würde so lachen wenn es in der gleichen Wüste noch mal in der Village ist diesmal tp ich mich nicht zu denen ja ok ich erzähle dir dann nur von meinen geilen Sachen und von dem geilen Village und was die alles droppen und so warum kann Pasi nicht mehr auf dem Service sein warum dann könnte ich mich jetzt zu dem hin tp'n so das war meine zweite Warte nämlich gewesen ähh hab ich gerade irgendwas getroppt oh ja da sehe ich die ganze Zeit mit offenem Map rumlatschen aber also hier seht es ja eh nicht mehr aber vorhin bin ich auch die ganze Zeit mit offenem Map rumgelatscht aber ich finde es besser zu beorientieren aber da fällt man halt in so komische Wasserlöcher manchmal Echsenhäuser gibt es die schon in der Dings in ja eigentlich schon gell ja hast du Kakteen? jaaa Pyramide ernsthaft? warte hier ist irgendein Gebäude das kann eine Denkmalstätte oder irgendetwas hässliches sein aber ne ist ne Denkmalstätte die hat nix besonderes aber hier steht halt was gebautes willst du dir angucken? nö voll schade ich weiß nicht ob die irgendwas drin haben irgendwas cooles warte mal ich komm mal zu dir das ist ja wenn ich nur oder wo ein Brunn ernsthaft keine Ahnung der sah von Weitem war der Schwarz hinten drin und so das ist ein stinknormaler Brunn ja warum gibt es hier so welche ach wo bin ich wo bin ich? fall nicht rum warte mal ich probier mal was aus du bist bei mir was denn? ich tp mich mal warte ist doch einfach du tust jetzt einfach F2 oder F3 oder wo zieht man die Koordinaten? F3 und dann guckst du was nach vorne ist ja mach ich doch gerade das ist die dritte Zahl also tust du einfach das alles behalten und einfach die dritte Zahl jetzt ungefähr ewig weit vormachen wenn es irgendwie hilfreich war dann er fällt er fällt warte du kannst dich gleich zu mir teleportieren ich guck nach Wasser weil sonst klatscht du irgendwo auf irgendwas leckt gerade warte eh warte 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 tippe dich jetzt zu mir ne halt ich bin so die Welt hat nicht geplant ich bin wieder ok weil ich war jetzt im Wasser dass falls du wirklich gefallen wärst weil dann wirst du weich im Wasser gelandet weil sonst klatschst du auf und bist sofort tot ich muss jetzt kurz in game mode weil irgendwie hat sich nichts bewegt wo bin ich? da ich muss ein paar Karotten essen erstmal ich muss ein paar Karotten essen erstmal ich muss ein paar Karotten essen erstmal ja und jetzt wieder los spründen oder ich bleib mir in der Nähe vom Wasser ich bleib mir in der Nähe vom Wasser wie weit hast du es noch? ein Kilometer wow wo kann ich mich tippen bei mir sind es nämlich noch zwei bei mir sind es nämlich noch zwei mhm warum nicht darum und dann Tessler Schaum und dann Beschäftigung wieder da doch viel geiler aber diese ewigen Eisgebiete bin ich schneller als du? ne du leckst es einfach wie sau nö mir läuft alles flüssig ja du musst halt dazu nehmen ich muss es nehmen grad auf ja ich hab vorhin auch aufgenommen bei mir hat es nicht gelegt ja ich mach's aber auf dem zweiten Bildschirm nö bei dem Bildschirm du hast du aber in zwei Grafika abendorfen doppelte Berechnung ja Prozessor hey dein dein acht Kern oder was es da sein soll sechs Kerner ja ich hab' zwei Kernsteine halten der aber in ne ne äh ich weiß jetzt gar nicht wo ich hinlaufen muss theoretisch oh die Richtung weiß ich warte Dschungel war nördlich ich bin da nach Norden gelaufen Dschungel das heißt wenn ich eigentlich müsste ich jetzt einfach ja ok Berggebiet ich bin zumindest mal nicht vollkommen falsch aber hier schon eine Wüste ich hab' schon wieder eine Wüste gefunden echt auch Berggebiete hab' ich vorhin echt nicht gesehen alter die ist aber nicht groß ne ist auch nicht alter hier ist noch eine eine riesige aber wenn die jetzt eine Village hat ich fange an mit lachen und war'n dreimal auf den Kanten am Gehen WUCH alter schreit der ich kriege nur einen halben Herzinfarkt wenn der da rumschreite ich bin jetzt 500 Meter vom Dschungel entfernt ich weiß nicht ob das so richtig ist wo ich dass ich da ranlaufe und wie weit bist du von oben entfernt warum hab' ich mir immer noch nicht gesetzt kannst du mich grad mal zu den tp'n äh ich zu dir du ja du mich zu dir gib Gas GAS k tp'n ORG HALLO GIP GAS GAS HALLO GIP GAS GAS Alter war das knapp Höhöhöh. Höhöhöh. Höhöhöhöh. Höhöhöhöh. Jetzt kann man sagen ja mal wo ich langlaufen muss. Ich weiß nicht mal wo ich langlaufen muss. Ähm. Welche Richtung? Baut sich grad noch auf. Hier. Die Richtung? Okay, super. Ah stimmt, war ja Richtung Moor. Jetzt gleich so langsam wie er war. Pfff. Hallo Kuh. Hey, wir sind schon da. Mich an diese komische Höhlenformation. Erinnern. Hey, wie bist du da runtergefallen, Alter? Was? Nix. Jump! Jump! Du 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 du. Ich bin ins Wasser gesprungen. Da ist ein Ritz, ey. Oh, eine große. Oh, kann sein, dass du in die gefallen bist. Was? Nein, das war ganz wunders. Ganz wunders. Irgendwo in Minecraft. Ich glaube ich. Äh, ich weiß jetzt echt nicht wo ich... Da unten in ihrem Tag. Bist du schon da? Nö. Irgendwie das Gefühl, als wäre ich in der Nähe. Ich weiß schon wieder nicht wo ich lang laufen muss. Ich bin direkt an der Grenze vom Schneegebiet. Alter, viele Pumpkins. Brauchen wir Pumpkins? Nö. Doch fürs Ende. Das Ende. Äh. Ich geh da immer nur mit Pumpkins rein. Heute muss genau so aussehen wie jeder andere. Einfach. Voll Spacko. Mal wieder ein paar Karotten. Äh. Kannst du mich mal zu dir teleportieren? Ich glaube ich bin voll falsch gelaufen. Oh, Wasser. Äh. Nix. Ah, ich bin da hinten im Berggebiet rumgegammelt. Ähm. Ähm. Ist dir auch gefallen, dass ich einen Pumpkin auf hab? Nö. Hallo creepy. Ey, ich wollte dich. Down. Ich hab jetzt schon fast wieder ein Level. Irgendwie toll würd ich da mal so achten. Irgendwie toll würd ich da mal so achten. Erstmal.. Sehr bunt. Bunt. Mit dem Kopf rein. Kurz wieder mitpuff dir raus, dass es mir gerade übel wird. Äh. Hast du meine Stelling engines? Äh. Dings. Nicht zu stellen. Ähm. Okay, gut, danke. Thomas, du bist dann da jetzt rum? Äh, haben wir jetzt Kapitän? Ja! Wo sind die? Sag doch einfach wo, Alter. Wie sind das? 23, okay. Oh, da muss ich die... Alter, schreck mich. Erstmal ne Runde brennen. Was soll denn hier brennen? Du kannst mal ein Overclocker-Update für den Electric Furnace machen, Alter. Später sind die echt geil, aber... Hey, wo hast du die Jukebox, oder was ist das da? Achso, ist der Writing Desk, oder? Okay, okay. Okay. Äh, hast du Kapitän schon angebaut? Okay, da muss ich noch ein paar übrig lassen zum Anbauen. Oh, ich hab so viel Crap grad. Ich glaub ich hab's erst vergessen beim Script. Overclocker-Update. Ernsthaft. Ist nicht teuer. Wie cool ist, jetzt krieg ich schnell hin. Guck, wie die gemacht werden. Ja. Dann nimm ich eine, ähm, Tin. Mit Wasser. Du brauchst halt übelst viel Tin eigentlich nur. Die Frage ist, wenn wir die Wasserreis... Kann ich noch mal Tin drumrum und dann einfach noch Refined Iron und ein bisschen Dings drumrum? Fertig. Warum eine Induction-Furnace? Was? Warum eine Induction? Oh Gott mal. Die sind übelst teuer. Nein. Okay, Advanced Alloy und brauchst halt Brosse-Glock dazu oder irgendwie... Mixed... Mixed Alloy brauchst du dann... Pressen und... Ne, Mixed Metal und dann... Umrum und so. Äh... Water... Ähm... Water Pump Pipe. Gold... Wood... Meinstrum... Hier passt. Äh... Jetzt muss ich erstmal hier die goldenen... Ne, erstmal... So. Fast. Hälfte... Goldenen kurz machen... Eiii... Was? Da kann kein Holz drin liegen, Alter. Und dann die... Restlichen machen... Dann hab ich sieben Waterproof Pipes schonmal... Dann... Kann ich... Hier oben... Und... Unten... Und... Äh... Wo sind denn die... Gears? Was? Die Gears. Diese... Ähm... Zahnräder. Eigenen Gears hätte ich eigentlich noch... Hast du davon noch welche? Also wenn sie... Der Droh... Oder der Droh... Der Droh ist vorne nicht drin... Sind dann... Nein... Sonst sind die verloren gegangen... Fuck... Die dürfen uns aber entscheiden... Die... Ja... Zwei stück hatte ich noch davon... War uns zumindest... Ich... Tränen zu haben... Oder? Doch... Ja... Natürlich macht es der der grad aufnimmt... Ist schon mal... Hm? Natürlich macht es der der grad aufnimmt... Ist ja normal weißt... fliegen vor der dann habe ich hier das kann rein kann rein Bones! Muss ich Bones hier machen? Kein Plan TNT Pumpkin Bones Wo mache ich eigentlich die ganzen Verzauberungs- und Dingssachen hin? Die kannst du mir geben Wo soll ich eine extra Chess irgendwo hinmachen? Gibst du mir Da 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 Plus Chess Hä? Plus Chess Logistik Zeug kriegst du auch noch So Was eigentlich ungefähr So Wir hatten den Scheiß da reingeklappt Ich glaube das war ich aus Versehen Ich habe nicht drauf geachtet was ich getan habe Ich bin dumm Ähm Das steht die Landmarks brauche ich Ich brauche Wo sind die Cobblestone Pipes? Da Nehme ich mal die Decks mit Redstone Focke Äh Das heißt Redstone Focke Dinger Chests brauche ich noch Wieso Haben wir kein Holz mehr? Äh Wird das gleiche Problem Ähm Okay Dann nehme ich davon 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Und Nur noch eins davon 1,2,3 Ich geh kurz in den Dschungel okay Hm Äh Aber erst gleich Na Ich muss ja auch noch unbedingt jetzt noch Nach Nächsten Und Diesmal bringe ich das Holz her Und kannst du schon mal ne Chest anlegen Für Holz Neh Oder zumindest mal bei Brennmaterialien Hinten ran machen Einen Generator oder so Erstmal Vielen Dank Ich sammle mal voll schnell ein Du Schnäbe Junge Hm Äh Brauche ich noch irgendwas? Das Zeug erstmal da lassen? Ne eigentlich nicht Will ich schon Aber Mach dir Adrenalinkake Mach mal kurz Tag bitte Oder sollen wir kurz schlafen gehen? Wir sind ja eh alleine Wir wollen kurz schlafen das erste Mal okay? Das erste Mal Komm Ich bin schon bereit mit meinem blauen Ding Ich bin schon bereit mit meinem blauen Ding Das ist schon ganz blau Obwohl ich kann schon laufen lassen zu nehmen und Prozent Prozent Kripper Erstmal abhauen Nichts geht uns an Garten Garten Geroßen Ich habe gerade eben hier Ich bin bei dem richtigen Dschungel gelaufen und habe auf dem Weg es halt eine Ölquelle Ich lese halt Dschungel Quelle Dschungelöl Quelle Dschungelöl Quelle Das hatte ich eigentlich noch nicht gespeichert Kann ich noch nicht Was ist Ein bisschen ruhig Wir brauchen mal wieder ein paar Gesprächsteam Also ähm der Ding steht gleich Der Query Ich hole nur noch ein bisschen viel Holz für Äh Für 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 Chests Wir brauchen viele Chests Sehr sehr viele Und obwohl wir könnten gleich Diamantschests machen Wie machst du Diamanten? Äh Können wir aus Gold machen Hast du Diamanten? Drei Stück Aber aus Gold könnten wir Dings machen Diamanten Also aus 4 Iron Ingots Äh Aus 4 Gold Ingots Kriegst du mit Minion Stone Äh Ein Diamanten Das heißt Ja Wir kriegen da schon noch ein paar Diamanten Wie teuer ist so ein Jazz? Billig Wie viel? Billig Billig Allzu los nimmst du Minion Stone und ähm Tusch Um den Minion Stone zu sein 4 Dinger mal 4 Dinger machen aber Der Minion Stone muss halt oben links in Zeck Du kannst dir sogar zeigen wenn dann Also kriegst du es hin? Wie viel als Lots hat so ne die Manchester? Einige Äh mach mal davon 2 3 2 Ja 2 3 4 5 Also viele Viele Und nicht wirklich viel Was soll ich denn überhaupt noch Holz holen? Ja zum Feuern und so Befeuern Ah Da ist ne Ölquelle Hast du Eimer? Ne Ne Haben wir überhaupt Eisen haben wir voll wenig gell Mh Lass mal wieder durch Pulver Also Pulver Ja mach ich gerade Ok cool Weil dann haben wir ähm auch Vielleicht brauche ich noch einmal so 5-6 Stück Das Öl vor allem Alter Da hast du die Ölkülle auf mir helfen grad relativ wenig 100 Meter noch Und Die zischt dir noch ein Chicken rein Das ist ein 100 Meter Sprint Dann KFC und dann Überst du das Chicken rein klatschen Oh ne Musik hier Ich hab gerade mal wieder drauf So der Mann Und Und Jetzt machen wir den noch größeren Chess Trance Ja man Crystal So Bam Crystal Chess Ja man mach aber davon 3-4 Ja Brauche ich noch ein Diamant Dann kann ich jetzt weiter machen Äh Hast du Gold? Ingots sind in der Chess glaube ich sogar Ähm Gold Wo ist der Minimstone? Da hast du Gold Du hast noch Gold In meinem Köln Projekten Dann nimmst du jetzt den Da links unten Links unten ist der Projekte Ja Den machst du oben links ins Eck Dann machst du ganz oben in der Mitte ein Nein 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 nicht Obwohl Du brauchst nur 4 du musst das nicht voll machen Nur 4 Stück Nur 4 Stück Genau Irgendwie Hauptsache 4 nochmal nochmal Ja okay Jetzt haben wir ja kein Gold mehr Obwohl doch Ich brauch aber noch Gold für die Chess Ja okay Du Witzball Die Chess sind nämlich teuer Oh Ein Stack hat nur so einen Dschungelbaum Ich hab jetzt genau 60 von einem Dschungelbaum bekommen Holz Die Rubberwood Bäume sind halt übelst riesig Das ist halt der Vorteil Naja auf Nachteil irgendwie ein bisschen Je nachdem Ich geh jetzt mal hier lang Geht halt leider nicht wo ich lang gehe aber Gehe jetzt mal in ne andere Richtung als ich vorhin war Vorhin bin ich nämlich rechts lang gelaufen als ich da Oh geil fast gestorben Na ich glaub es wird schon wieder Dunkel Oh Ich hab ein Ocelot Richtig nur einen Fisch Oder ich keinen habe Natürlich das Teil erstmal Das hat mir das erste Level geschafft Ich hab zwei Äpfel Ich mach das jetzt mal so wie ich es sonst immer gemacht hab mit nem Kumpel Ich Lauf jetzt einfach die ganze Zeit durch den Wald mit der Axt Und tu jeden Baum einfach mal einen Block abbauen Dann lauf ich den kompletten Weg wieder einfach zurück Ich hab übelst viel eigentlich eingesammelt Tag Gleich zum nächsten So Die zweite Küssel Chest ist jetzt gleich fertig Muss noch brennen oder wie? Hm Was? Äh grad Glas Und jetzt hab ich alles Gut So tipp Das ist Ben Zweite ist fertig Vielen Dank Alter will man einfach überall locken ja ich möchte dass es ein adobe update gibt was adobe update machen nicht mit mir nicht in hoffen Achtung doch würde jetzt mit mir oder wie mit mir noch Steht er da nur rum, oder wie? Ja, dich soll mein Fresser halten, ganz ehrlich. Was? Nichts. Rede wir von mir. Wo bist du? Junge, Holzabform. Ja, wie sieht's jetzt aus mit der Query? Äh, ich tue nur noch Holz holen für... Schaffen wir das, diese Folge? Diese Folge, ja, das versteht gleich. Ähm, wie viel Heimer brauchst du? Äh, wie war's mit so 6? 6 ist ne gute Zahl. Ähm, ich hab 4. Ist auch okay. Warum fragst du dann überhaupt noch? Okay. Ich wollt grad sagen, zwei Dschungelwutbäume mach ich noch und dann komm ich. Ähm, wo stellen wir den hin? Äh, was? Daddy does Query. Ähm, den stell ich gleich auf. Ich werd mich gleich tp'n. Ich muss nur noch einen Baum machen, damit meine Axt her ist. Komm, ich hab noch einen ganz dicken Baum, den ich dann so halbes anfange. Oh ne, den hat sogar noch ganz abgebaut. Oh ne, jetzt brauch ich noch einen Baum, oder wie? Oh, nicht kaputt. Sorry, dass es so langweilig jetzt wird. Ähm, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit Stromversorgung? Läuft's soweit? Über? Ähm, LV. Reicht das erstmal? Momentan ja. Ist das komplett so, dass es durchläuft? Ohne Probleme. Ohne Probleme. Heit nachts. Ja, dafür wär halt ne MFE okay. Hm. Der MFE tut halt zwischenspeichern, das wär... Wir wollen ja denn eh gemeinschaftsfreit machen. Stimmt. So, hast du denn jetzt mal... Äh, ja, du kannst mich tp'n. Cool, mein NDR ist fast voll mit Holz. Äh, hast du ne Chest angelegt für Holz? Ja. Wurscht die? Generator. Generator. Können wir auch erstmal durchlaufen lassen, ganz ehrlich. Lass's mal, wir brauchen keinen Strom vom Generator momentan. Ein bissle was an Holz. Nicht viel. Query. Ja, warte, warte, warte. Warte, ich hab den... Ich hab... Ne, ich hab... Die... Ich... Hast du die Eimer? Ne, dir ne Ölquelle markiert? Nö. Okay, dann gib mir mal die Eimer, ich tue kurz Öl auffüllen. Äh... Hier. Da. Vier Stück. Jo. Okay. Dann die Ölquelle vom Dschungel ist... Nächste Folge will ich die Quelle noch stehen haben. Wo ist denn der nächste Ölquelle 600? 168... Da geh ich hin. Der voll nah. Will ich vier Äpfel haben? Nö. Okay. Ich bin momentan versorgt. Wie der immer rülpst, Alter. Was? Wenn der Äpfel ist. Danach rülpst der immer irgendwie, finde ich. Glaub ich. Ich bin grad auf Tauchertour in einer Höhle. Nein, hier geht's nicht raus, Alter. Ich hab's doch gewusst. Deswegen nennt sich's höchstisch eigentlich auch Höhle und nicht Tunnel. Aha. Ich geh grad nochmal zum Nachbarn. Jo. Ähm... Über... Überleg... Wir könnten uns eigentlich schon mal ne... Stelle überlegen, wo wir den... Quarry hinstellen. Hab ich doch vorher gefragt, du Bitch! Äh... Wo stelle ich den hin? Ähm... Moorgebiet. Das brauchen wir doch nicht wirklich. Wir stellen das direkt über eine Ritze. Moor ist scheiße. Ja. Wir stellen das direkt über eine Ritze, weil da ist Standard aus wirklich viel Sachen. Mhm. Weil wenn du's jetzt random hier irgendwo hinstellen würdest, ja könnte auch was passieren. Aber wenn du's direkt über eine Ritze machst, so ein riesengroßes Gebiet, dann ist das schon mal geil. Ja, ich hab ne Ritze, dann weiß ich wo wir es hinstellen. Im Moor. Im Moor. Weil im Moor gehen wir nicht oft hin. Da laufen wir höchstens mal durch. Da stört's nicht, wenn ein riesengroßes Loch drin ist. Ist doch egal, ich will eh in dem Loch bauen. Ja. Ich hab ne Idee, wo wir es hinstellen. Ja, okay. Okay. Okay, vier Einmal voll. Äh, tempere mich mal bitte zu dir. Lang. Kann man von hier aus, ah, praktisch, deswegen hat er noch offen gelassen. Was? Warte. Also, wo willst du denn hinsteigen? Ähm, Folge mehr. Du hast alles? Wo bist du? Hier. Du hast alles? Ja. Ja. Ich glaub ich zumindest, hoff ich zumindest. Oh, da ist ein Höhleneingang. Im Wasser. Unter Wasser. Aha, da guckt er auch sein Handy. Was hat das schon wieder gemacht? Nix, nix. Nix, nix. Nein, das ist kein Porno, was da läuft. Was? Hä? Was? Porno gesund. So. Bist du hinter mir? Nö. Oh, mach mal schneller. Läuft ja schon fast wieder in die Haxen. Hier. 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 Jetzt schlag mich bitte nicht. Ähm. Hahahaha. Hier das Wasser. Das heißt. Okay, ich weiß wie ich's mach. Als erstes Landmarkshaus. Landmarks. Komm einmal. Hier hin. Was wo? Wo bist du? Einmal. Wo bist du? Machst du doch. Du weißt, dass es immer auf der gleichen Höhe sein muss. Ja, ja. Das mach ich ja. Dann mach ich's. Das war jetzt unsere Ecke. Die wir erstmal ausschneiden, okay? Ja, okay. Okay. Dann. Dann. wir durch den Query da gage'n. Hä? Hm? Warum sind jetzt die Dinger weg? Ähm. Das könnte jetzt entweder diese als Standardfehler sein. Oder... Eigentlich sollte da jetzt ein Kasten aufgebaut sein. Ja. Ist mir schon klar. Baut den nochmal kurz ab, bitte. Jo. Ähm. Mach nochmal. Okay. Landmark. Vielleicht sind noch zu viele Sachen im Weg. Hm-mm. Ja. Ach, das kann sein. Hast du ne Axt da? Nee. Ähm. Hast du die Transport-Types? Ähm. Ja. Gut. Golden? Ja. Nein. 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 Okay. Nein. Ich bin doch weiter vorne. Ich glaube, ich muss dann noch die Höhe bestimmen kurz. Was? Noch eins weiter vorne, Alter. Ist grad echt nicht drauf. Hab's doch. Jetzt. War klar. Guck, dass nichts im Weg ist, dem Strahlen. Ich muss jetzt auch mal die Höhe höchstwahrscheinlich nochmal bestimmen. Nichts im Weg. Hm. Hm. So noch ne... warte, ich hab jetzt... hier hab ich keine, da hab ich eine und da kann ich die da vorne abbauen. Sollte immer noch... ich brauch jetzt eigentlich noch ne zweite. Hey, was hast du gemacht? Ja, warte kurz. Ich glaub ich bin wirklich zu dumm für den Curry. Ja, das hat doch gestern noch funktioniert. Ich hab hier ne Landmark mal gefunden. Hm, die brauch ich. Ja. Danke. Ähm... Mach mal wirklich die Bäume in dem Feld. Mach ich doch grade. Danke. Weil die sind glaub ich wirklich... weil der Kasten ist glaub ich nur bestimmt zwei oder drei Blöcke hoch. Das könnte störend sein. So, jetzt probier's noch mal. Ich setz den Query... An die Fackel oder ans rote? Probier's mal ans rote. Ja, die Fackel eigentlich mehr. Jo, passt doch. Äh. Jetzt funktioniert's. Okay. Kann man jetzt noch kurz die Landmarks ein... Ja, es waren höchstwahrscheinlich wirklich die Bäume, die drüber geguckt haben. Ich seh irgendwie... siehst du den Kasten? Ja. Tu nur mal reconnecten. Ähm... Das hatte ich auch schon mal als Pro... Obwohl, nehm ich grad auf, aber stört nicht. Mir egal. Ähm... Gut, dann muss... Ja! Oh, gut, es geht. Äh... Drei... Chest... Noch ne Chest... Mach mal, ähm... Ich geb mir mal die Pipes. Ja, nicht nur... Achso. Äh... Mastigen Engine... Mastigen Engine... Doch, äh... Äh, tu mal hier den Stein wegmachen. Obwohl... Ist ja hier gleich fertig. Du, 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 du... 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 Okay, das pumst. Ähm... Dann gleich... Hier mach ich dann schon mal... Öl rein. Ähm... Dann hab ich nämlich... Einmal frei für Wasser... Wasserei... Wassermarsch... Dann nehm ich hier nochmal... Öl rein. Okay, ich muss jetzt nochmal Öl holen. Das reicht noch nicht. Okay. Äh... Ölquelle 248 Meter. Ich sprinte. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich muss jetzt nochmal Öl holen. Sogar Sprint springen. Wenn ich nicht an... Blöcken hinbleibe. Alter... Gibt's da auch nen anderen Alarm? Sind das jetzt 15 Minuten gewesen, oder? So. Jetzt kommt die letzte von mir. Okay. Dann wären wir eigentlich fertig für heute, gell? Der Query steht. Haben wir grad so noch geschafft. Ne? Mhm. Und... Warte mal. Was ich fast sagen würde. Reicht das, wenn wir hier ne Pipe hinmachen? Was für das? Was? Wenn wir hier ne Pipe machen und ne Pipe rüber zu uns ziehen. Äh, nö. Ich würds wirklich mit dem Item Tesseract machen. Weil du ziehst mit dem Teil auch wirklich um. Wenn der Query irgendwann mal fertig ist, musst du ja wohl anders hin. Mhm. Also ich würds später auf jeden Fall mit nem Lagersystem machen. Und dann tust ich einfach direkt den Item Tesseract anschließend. Fällig. Mhm. Weil dann läufts. Und so musst du gucken, ob das überhaupt in die Damage Chests überhaupt reingeht. Weil zum Beispiel bei nem normalen Chests brauchst du ja Wooden Pipes. Damit das geht. Fuck, ne? Warte weg. Warte weg. Wär geil, wenn man das mit Rise Minimap verbinden könnte. Dass man seine Waypoints als TP-Punkte nehmen könnte. fight. fuck. fuck. hmmmm. fuck. so, und. Scheiß drauf. Warte. Lass die Party beginnen. ok der baut da hinten gerade ja ja der muss erstmal das alles begradigen und wenn das begradigt ist dann kann er erst aber der kann halt nur das begradigen was in seinem kasten ist deswegen wenns drüber geht das ist halt kacke jetzt lags wirklich daran im dschungel alter viel spaß und ist dann auch noch timber und ohne zimmer nein ich meine dann ohne zimmer wird das ohne zimmer machen wenn das leben dich fängt nämlich zurück und genieß es könnte der letztes mal sein jetzt baut er eigentlich schon die Leute baut es jetzt auch ohne dass wir es kriegen der verpufft ist so zu sagen Lampel das sind meine Blöcke oder bleiben die da liegen und sie zu uns haben das langsam da ich mich gut und ich würde mich gerade nicht koko koko es war die die Pipe gebaut naja gut mal drauf stellen was macht er wenn man hier eine abbaut wo der tut jede einzelne schneeplatte weg machen ernsthaft wenn das komplette mit schnee bedeckt ist muss erst mal die kompletten schneeplatten weg machen guck der tut jedes einzelne schneeplatte weg machen zack 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 jetzt gehts gleich ab alter gleich kitzel ja mal da und dann haben wir es erstmal warte wie viel haben solche crystal chests ich muss mal gucken ob das ungefähr reichen würde also das reicht mit der letzt naja warte das wäre doppel chest ungefähr das sind ungefähr vier fünf doppel chests ge ok die müssen wir aber regelmäßig lernen alter weil das wird echt knapp ja ich kann ja mal täglich auf dem server und gucken weil ja ne für den aber wenn man halt mal umbauen ja die die wenn sobald wir das die quarry umbauen müssen die chests leer sein das heißt wir müssen auf jeden fall noch ein scrapping machen also so ein recycler das wäre alles was wir nicht brauchen einfach mal in das strappteil reinschmeißen so gleich gehts ab ja mann und dann haben wir eigentlich auch hier unsere cobblestone fabrik für unsere judo meta mhm weil das ich hab das nämlich auf dem anderen server mit einem anderen kumpel gemacht äh so dass wir den item tesseract genommen haben und dann lager system gemacht haben und dann haben wir zum beispiel cobblestone und die sachen die wir halt echt nicht brauchen wie seeds oder sonstiges er geht ab ja mann da haben wir dann aber da kommt nichts aber da kommt nichts ja ja die brauchen wir ja ne weile ach da kommt's das kommt auf jeden fall ähm das haben wir dann ins lagersystem gemacht und da haben wir dann chests gemacht wo nur cobblestone reinkommt und den schrott halt und die haben wir dann direkt dann zu unserer also deswegen wollte ich das lager system direkt neben unserem mass fabricator und der energiequelle haben alter ist der langsam was denn inquiry ja schneller gehts nicht doch ne wenn der genügend power hat geht der ab wie nichts ja die dinge vielleicht müssen die auch erstmal warm werden die engine kann sein ich weiß nicht aber so reicht es eigentlich und das öl das hält eigentlich schon echt oft lang also ähm stell hier mal ne ähm extra chest hin hast du noch eine nö naja mach ich kurz eine yippie wir haben ne curry also ähm hier mach ich die chest rein wo die eimer drin sind und pipes und redstone fackeln und landmarks wo ist eigentlich die vierte landmark du die nö fuck d stelle dich mal neben mich wo bist du hier außen was ist tausende jetzt pauso wie aus also posen weiter als screenshot gemacht okay eine karotte was passiert wenn man sich da reinsteht nix schade nio 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 du musst mal du musst mal in die kommentierte um mich an aber so von von oben weil guck ich habe jetzt die dritte Person also ich sehe mich von oben gerade und jetzt die Karotte nicht rechtsklick linksklick hast du mir eingedrückt nicht schon wieder ja man die Karotte gibt mir alle abgewährt woher die alle ab gegen meine Karotte kommst du nicht an das ist gegen deine Karotte kommt man nicht an ist doch wahr alter aber guck mal spätestens da unten im Ritz kriegen wir dann Erze Kohle Koffer du mich auch du Rono oh ... ... Verriss dich, Mann! Zwei Herzen. Ja. Oh, geil. Kapau! Ein halbes Herz. Oh, ich weiß nicht, ob man Damage kriegt. Wie das kriegt man aus? Jetpacks. Hast du Blowskorn geholt? Dann mach mal, als nächstes machen wir uns Jetpacks, okay? Okay. Oh, ist billig. Deswegen, weil wenn wir den, ähm, Dings dann haben, den Query, wenn der dann ein schönes Loch hat, dann brauchen wir den auch auf jeden Fall öfters. Ich spring da runter. Aha. Klingt so cool. Nein! Über beide grad da oben. Nee, noch nicht. War aber grad knapp. Da und ich bin da. Da und ich tippe mich mal bitte. Ey, nicht du zu mir. Ich zu dir. Boah, da sind Learen, wo du hochklettern kannst, du kackspast. Ja, wo steht jetzt eigentlich unser Query? Ähm, ich glaub da. Irgendwo. Warte, ich seh's schon. Bei der Ritzel. Bei der Spinne ist bei der Spinne. Ähm. Schwer, Alter. Ähm. Allo Creeper. Alter, fick dich. Hab's grad so noch an die Liane geschafft, du kleiner Spass, die ich. Ist die Rache dafür, dass ich wegen dir damals 30 Level verloren hab. 30 Level, aber wegen dir bestimmt. Ich hab, ich hab Wetten genauso viel verloren, Alter. Was war das? Creeper down. Wo? Unten von Query. Boah, so reichlich wird die Ernte hier höchstisch eh nicht. Egal. Aber wir tun hier halt ein riesiges... Ich hab' ich erfahren immer noch nur... Naja, das kommt noch. Creeper, Creeper. Holen. Creeper down. Hm? Creeper down. Du أنا. Komm, ich hab' ich noch andere Leute. probier auch geht nicht ich würde meine hohen kleidung an ja das ist echt langsam warum schneider sind die eigentlich nicht doch nö der query ist eigentlich schon muss ich schreibe wenn er richtig strom kriegt der strom alter der läuft immer noch über die engine der schon schneller geworden er wird noch eine engine dazu stellen können wir vielleicht so gemacht hat auf minion die kuh gegeben die kuhl noch kannst du fliehen Coo down, Coo down, Euronimo, ich habe deren Fleisch aufgehoben und XP, we wanna let it burn, 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 wanna let it burn. Also dieser blaue Penis da, von Query, der blaue Penis. So wie man das Ding Wasser reinpumpt, kann man da nicht auch irgendwie Öl reinpumpen? Nö, du kannst leider Öl nicht pumpen. Gebt wirklich mal Wasser mit den Locken-O-Pump-Pipes. Oh kacke, was ist? Hm, was ist? Nix. Gleiches Ende. Woah, knipplich. Naja, das kriegen wir noch hin. Ähm, komm, warte, ich mach hier noch kurz. Waypoint, äh. Query. Alter, vielen Dank. Warte, ich mach den blau. Nee, ich mach den eher so türkis. Ja, so ungefähr, warte, bisschen hell. Alter. Genau so. Ich hab das jetzt nämlich fast genau in dem türkis, wie sein kleiner Abbaupenis da ist. Wari. Drei Meter. Bam. Schafft. Alter, fünf Meter. Warte, ich springe ab hier, ab. Das sind drei Meter, alter. Der Typ kann... Warte. Der Typ kann... Ich kann drei Meter springen ohne Probleme. Drei, springen... Oh. Immer viel Meter, ey. Also, ich hab gehört, Aufnahme anscheinend zu Ende. Ja, das war der Timer. Ähm, dann gehen wir noch kurz nach Hause, oder? Na, lass hier beenden. Nee, Mann, ich muss nach Hause. Jetzt tue ich noch kurz mein... mein Zuhause-Dings machen. Äh, äh, wo müssen wir da eigentlich lang? Nach Hause. Folgen mir, unauffällig. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich auch den Marker setzen. Ah, okay, ich seh, Nachbarsdschungelbäume. Wo läufst du hin? Hier. Ja, ich bin... das muss dir gefallen. Wir haben sogar ein Gartentor, hallo? Egal, ich springe immer durchs Gras. Ui! Hm, krieg ich ein bisschen nach Zukunft. Wo hab ich dann hier ein Tor gebaut? Keine Ahnung. Mach mir mal die Tor auf. Geht doch. Also, ich mach hier noch kurz ein... ein Ö hin, mit... ein Ö hin, mit... Home. Und da klatsch ich halt so ein hässliches Grün rein. Okay. Wohle. Dann würde ich mal sagen, so langsam haben wir's, wa? Na dann... Enden wir mit ein paar Karotten in der Hand. Tollen Leben, ein bisschen Rüstung. Einen Query, der am Laufen ist. Und nächstes Mal, wenn wir auf den Server kommen, Query fertig. Und wir haben erstmal ein paar Ärzte höchstwahrscheinlich. Hoffentlich, denk ich mal. Na dann... in dieser Meinung hin so... Tschüssing und... bis zum nächsten Mal. Bye, bye.